Alles in Ordnung? Komm ran! Rändern, Mann! BAM! BAM! Yellow... Blind... Fast Blind... Oh leid, kriegen wir schon 4 Schüsseln raus... Okay... Alter... BAM! Oh! So, Pilsuppe gemacht, wir können weiter... Ey, die ist super riesig, dieses Biom, ne? Hier rauszukommen, brauchst du echt lange, du! Das Ding ist, ich lauf schon in die andere Richtung, und in der anderen Richtung war nur dieser blöde, dichte Wald. So dämlich... Was ist das denn? Nun! Töten! Vielleicht... Äh, was ist das jetzt? Aber ich muss auch sagen, äh, boah wie heißt das? Ähm, auch irgendeine Mod, die wir drinnen haben... Ähm... Oh, Schweine! Ah, ich weiß nicht wie sie heißt... Äh, ja... Better Inventory! Better Inventory! Genau! Ach so, ja! Und, äh, wenn du ne Stützer geh hast, dann würdest du automatisch wieder neu... Oh, das ist nice! Das, 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 das feier ich! Das supergut! Ganz viele Schweine, boah, die würd ich alle mitnehmen! Hey, sonst war ich mal der Schlaf, aber was los? Ich hab... Ich hab mich weiterentwickelt! Ach, vor allem müsst ihr dieses schöne Kampfsystem noch... Oh mein Gott! Einfach draufhauen, älter! Nicht warten bis irgendwas aufgeladen ist! Einschränkmal... Ach, das ist doch geschissen! Viel weiter! Ich hab aber auch nicht mehr viel Zier, das Ding! Jetzt hier oben wollte ich ja hier oben flicke hier! Und weiter geht's! Und weiter geht's! Oh, noch mehr Schweine! Ihr müsst sterben! Genau, ich weiß, was das ist! Genau, ich weiß, was das ist! Galena! Genau! Wo ist das da? Also, übrigens nicht wundern, wenn der Server gleich... Also, irgendwie am laggen ist oder so, weil... Ich bin hier am rumlaufen und lad ganze Zeit bei Jungen nach! Da braucht er auf jeden Fall ein bisschen... Könnte das wirklich sein? Nee, schon wieder so ein blöder Wald! Och Mann! Ist doch doof! Ey, muss ein Spawner sein, holy shit! Viele Monster oder was? Ja, super viele! Noch mehr Schweine? Ah, komm! Ah, da ist ne Hexe! Aaaaah! Ahhhhh Ah, mein Gott! Oh, 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 oh! Oh, oh! Hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap! Scheiße... Ich will es nicht herausfinden, ich will es nicht herausfinden, ich habe es herausgefunden, ich will das nicht, also im Gift stirbt man nicht, ne? Nee, kommst du auf einen halben Strasse runter? Ah, ich kraft den Ding ist nicht abgegangen, nein! Ah, so findet man heraus oder was? Ach, guck mal, wenn du Sachen im Inventar hast, ne? Statt die quasi unten einzugeben, wie man die craftet, kannst du auch einfach über die drüber hofern und R drücken, also bei mir funktioniert das jedenfalls, dann zeig dir die an, was du auch damit machen kannst, ohne die jetzt beispielsweise da unten zu suchen. Zeig dir die noch, zeig dir die craftet? Ja, also komplett als würdest du sie rechts anklicken, in diesem Fenster. Ganz viele Schweine... Ah, komm, ey, lassen wir uns mal. Obwohl, eins kann man noch mitnehmen, komm, boom, dich nehm ich noch mit. Geil, gib mir sogar Double Fleisch hier. Komm ich bitte mal in ein normales Biom, ja, ja, endlich! So, du alte Hexe da unten, jetzt komm ich um dich zurück. Ist zwar nicht das Beste, aber immerhin etwas. Obwohl eigentlich doch... Wo ist die? Ich glaube, so ein Ding ist gar nicht so, so, so verkehrt. Könnten wir eigentlich machen. Ein bisschen Zuckerrohr nehmen wir auch noch mit. Du schmeißt nicht deinen Dreckstrank! Jaaa, Junge! Bam, Junge! Was ist das? Ich kann mir nicht zu... Zack, Junge, Alter, wo ist ich da unten? Kommt ja, Alter, ich schiebe dir, Alter. Junge, hör mal auf! Hör doch mal auf! Wo kommt ihr alle her? Ey, was ist das? Hör doch mal auf! Ey, du willst nicht wissen, was hier alles gerade an... Ich töte alles, dreh mich rum, kommen sieben... Äh, sieben Zombies. Und Skelette und Creeper sind hinter mir hergera... Ey, Junge, was... Was ist die Spawnrate eingestellt, Alter, auf Zerfickung! Nee, ganz normal! Das ist nicht normal! Ich bin am Arsch, ich bin am Arsch, ich bin am Arsch, ich bin am Arsch. Sie kommen alle durch das Loch, was ich gerade geöffnet habe. Iiiiih! Was ist das? Es hört nicht auf! Wo bin ich hier? Ich bin, ich könnte das hin, ey. Weißt du, bei P-Suite damals? Diese Folge, wo die diesen Spawner haben? Ja, ja! Wo die das geöffnet haben? Ey, als ob das so schlimm war! Das war nicht ganz so extrem, aber da kamen sich gerade drei Zombies auf einmal durch dieses Loch gequetscht. Oh mein Gott! Nicht schlecht! Was haben wir immer dort gefunden? Was stehen schon wieder Zombies? Ich glaube, ich muss keine Mobfarm bauen. Ich stehe einfach in einer, die spawnen hier in der Tür liegt. Weißt du was? Ich lege jetzt den Sprint des Lebens hin. Und leuchte hier aus. Damit die Huren so nicht mehr spawnen. Oh, ganz falsch, wie ich hier lang glaube. Hallo, Slime! Ich finde irgendwelche Erze hier in der Oberfläche. Ey, ich sagte, diese Höhlen, in der ich gerade bin, ne? Also, ich sehe keine Stelle, wo kein Mineral ist. Nicht eine, also... Also, überall was. Kein Scheiß. Eisen, Lapis, Silver, Galena, Teslatit, Kasseterit, was da oben? Saphir, Zing, Zinn, bla bla, Uranium, Galena, was das? Pantlandit, Pantlandit, Wiedereisen, Wiedersaphir, Poli, 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 Poli. Und ich habe mich gerade nur einmal im Kreis gedreht, ne? Also, ich bin nicht so schlimm, also, ne? Ja, ja, ja. Yellow Ride, Zink, Blumen, ne? Blumen? Blumen! Okay. Ah, Spinne! Spinne! Woof! Ey, Junge, ich habe halt nicht so viel Platz, um das alles zu snaken. Was ist da unten? Ich bin tot. Ja, ich bin am Arsch. Bin hart am Arsch. Alles weg. Burn to death? Oh nein, Sven. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe über eine Kante geguckt und von hinten fallen, hat fallen die Lava. Oh, boah. Oh, boah. Oh, boah. Oh, boah. Oh, boah. Meinst du, du komm, meinst du, du kriegst die noch? Naja, okay. Nicht? Nein. Weiß nicht. Also, höchstens, so ein Drittel von dem, was auf diese Felskante gedroppt sein könnte. Ne, vielleicht, aber ich habe keinen Bock. Ich will da jetzt nicht mehr. Also, das ist das Ding. Ich glaube, ich laufe jetzt einfach ein bisschen. Ich gucke einfach mal rum, wie viel ich mit meinem Hunger komme. Und gucke, ob ich irgendwas Gutes bin. Ich bin gerade zurückgeschlagen worden. Ich habe ja noch eine kleine Kiste. Also, wenn du ständig Richtung Norden läufst, ungefähr. Also, sagen wir mal Nord. Ich komme auch Richtung Süden. Wow. Weil dann kommst du aus diesem blöden Gebiet raus. Also, ich bin auch gerade wirklich Süden. Ich komme in diesen Zauberwald. Ja, genau. Gerade. Ich kriege aber auch nicht mehr viel Hunger. Deswegen... Sieht schon schick aus. Ich gucke, wo ihr seid. Ich komme dann. Was? Schicker See? Ja. Ja. Ach, das ist doch freudig. Aber wenigstens weiß ich, wo es mehr davon ist. Also, bei den Timber Mod, ey, da ist schon der Server ein bisschen überfordert. Du baust ihn ab. Der wenkt sich zuerst in fünf Sekunden. Hm. Vielleicht gehe ich jetzt mal kaputt. Eine Alge, Alter. Da ist noch ein Tier. Oh, es wird dunkel. Oh, oh. Hier ist alles voller Algen. Nicht da drüber laufen. Bin ich da langer, Mann? Was machen? Komm, fall ab. Hast du eigentlich schon Rubber Bäume? Nee, noch nicht. Aber ich bin hier in einem Gebiet, da könnte es sein, dass ich welche sehen könnte. Ansonsten, äh, nee. Hab ich noch nicht gesehen. Wie war denn die noch mal? Irgendwas an den Blättern, ne? War da, oder? Nee, die hatten einfach... Der, der Stamm war... Was, was hat der Stamm? Der war gepunktet. Achso, der war gepunktet. Uiuiui, jetzt wird es echt dunkel hier. Das gefällt mir nicht. Ich muss nur mal... Oh, nein. Die Elemente ist voll. Weg damit. Ja, den Ofen kann ich mir wieder machen. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist ein schwarzer Dildo, der aus dem Boden weckt. What the fuck? Ey, was ist das? Das ist ja legit aus dem Dildo ein. Nice. Aber der ist gigantisch. Alter. Ey, ich wüsste... Du weißt, ich laufe über die Bäume, und das sind auf der anderen Seite vom Opa, sind noch mehr Bäume, aber er hat dahinter rausgeragt. So eine fette schwarze Säule. Was ist das? Ich bin gleich da. Ich werde das näher inspizieren. Oh shit, ich habe noch ein halbes... Ob Sven den magischen Dildo erreichen wird. Ich habe ganze Emory, oh, ah ja. Oh, ich kriege Damage. Was ist der Idee? Was ist das? Ne, das kann ich nicht haben. Ach, das Öl! Oh ja, das könnte da sein, wo ich gestorben bin, tatsächlich. Das war, äh, an einem Schneeberg. Okay, nein. Ich muss eh sterben. Ölsäule. Oh, ein Villager-Zombie. Ich sehe das irgendwo da. Der Zombie, er ist mit mir ins Öl gesprungen. Du Versager, du wirst hier nie wieder rauskommen. Ich guck's nicht nur im Schneeberg. Ich denke, wir können dann erstmal Schluss machen. Für heute. Können wir uns das nächste Mal ein bisschen weiter damit auseinandersetzen. Was sagst du da zu sehen? Du kommst schon auf ein halbes Herz? Äh, ja. Ja, ja, ich weiß. Ich, ich, ich sterb hier drin. Ich, 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 ich sterb hier drin. Ich, ich, ich komm jetzt auf ein halbes Herz. Ich hab nichts mehr zu futtern. Aber du, du hast ja, man kann da drin ertrinken. Ja, ja. Die Dildosäure gehen. Jetzt. Erstmal schön die Lungenräume. Ölballern. Äh, pppppppppp. Ja, gut. Okay. Nur, Alter. Ich würde sagen, Sven macht jetzt noch seine Sachen zu Ende. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Oh, ich schieb das tief. Für die paar Folgen auf jeden Fall, Leute. Haut rein und bis zum, das ist das Sven ertrunken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.